Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Bedauern. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Bedauert, Bedauerte, Hat bedauert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich bedauere. Du bedauerst. Er bedauert. Wir bedauern. Ihr bedauert. Sie bedauern. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich bedauerte. Du bedauerst. Er bedauerte. Wir bedauern. Ihr bedauert. Sie bedauern. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe bedauert. Du hast bedauert. Er hat bedauert. Wir haben bedauert. Ihr habt bedauert. Sie haben bedauert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bedauere. Ich bedauere. Du bedauerst. Er bedauere. Wir bedauern. Ihr bedauert. Sie bedauern. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bedauerte. Du bedauerst. Er bedauerte. Wir bedauerten. Ihr bedauert. Sie bedauern. Den Schluss macht der Imperativ. Bedauere du. Bedauern wir. Bedauert ihr. Bedauern sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb bedauern. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Dann gebt uns einen Daumen nach oben.